Ein neues Video, ein neues Glück, die Nicky ist zurück und endlich mal nach so vielen Monaten, ja bestimmt mal wieder eine neue Folge, wusstet ihr schon und alle fragen sich jetzt, was ist denn diese mysteriöse Macht, was ist die Vala und ich kann euch ganz einfach beantworten, wer oder was die Vala ist und das ist jetzt kein krasser Spoiler, denn ihr habt das wahrscheinlich, wenn ihr Insta habt, sowieso schon gesehen und gelesen, nur der Name ist halt noch nicht gefallen und ich zeige euch mal, wer diese Vala Witch ist, denn sie kam zum ersten Mal wirklich in Erscheinung in dem Comic hier, also in Anführungszeichen Comic in einem Fünfteiler zu Halloween und es geht nämlich darum, wieso der Galoppräder Thompson überhaupt eine Unsterblichkeit bekam. Und dann gehen wir mal hier mal ein bisschen weiter, denn der gute Thompson hat ja auch die ganzen Runesteine zerstört in Jarls auftragen, deswegen gab es auch so einen Fluch, dass ihn kein Pferd mehr haben wollen würde und bla 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 blub. Habt ihr wahrscheinlich auch schon alles gelesen. Und ja, alle fliehen, weil die Kraft der Runesteine eben halt, ja, gewaltig ist und er ist in der Lage, diesen Stein zu stoppen und dann ertritt eine merkwürdige, mysteriöse Gestalt in Erscheinung. Eine mysteriöse Frau und Leute, das ist die Vala Witch. Sehr alt, noch nie hat es oder von überhaupt gesprochen oder von geredet oder was auch immer. Ich weiß auch nicht, ob sie generell böse Absichten hat oder einfach nur eine Hexe ist, was einfach alle Hexen tun oder ob sie einfach ein Fabelwesen ist, was zu Jorvik trotzdem dazugehört. So viel ist aber nicht bekannt. Das Einzige, was wir jetzt wissen, dass sie den Trimson, also den Galoppräder Thompson, die Unsterblichkeit gegeben hat. You will never die by human hands. Du wirst niemals durch Menschenhand sterben. Und da verschwand sie wieder. Und wo kommt denn diese blaue Magie und die Federn und der Rabe denn bekannt vor? Ich weiß ja nicht, nur in der letzten Quest halt, ne? So, gucken wir mal auch weiter. Ob wir sie vielleicht nochmal sehen. Aber hier sehen wir aber auch nochmal, dass die Pferde bloß nichts mit Trimson zu tun haben wollen, weil er ja diesen Fluch jetzt hat. Und er findet halt gar kein passendes Pferd, bis er halt auf diese Stute traf. Ne, Jorvik's Wild Horse war es, glaube ich, ne? Jorvik's Wild Horse, in Englisch. Ähm, dass niemanden, äh, sich reiten ließ, äh, hier steht auch, äh, äh, would let no one handle her and could not be stable with the other horses. Also, das ist natürlich eine perfekte Konvergenz, die beiden. Und somit, äh, ja, waren die die perfekten, das perfekte Pärchen, kann man eigentlich sagen, ne? Reiter und Pferd halt. Mal gucken, ob wir sie vielleicht nochmal sehen. Das Comic ist natürlich auch schon ein bisschen was her, ne? Aber, ähm, m-m-m-m. Ja, genau, der Jonjal, Jonjal, richtet eigentlich mal Jonjal oder Jonjal aus. Das ist immer jedes Mal unterschiedlich. War auf jeden Fall mega, mega pisst und eifersüchtig, dass, äh, Trimson oder der Galoppreiter Thompson halt jedes Mal lebendig zurückkam. Und diese Unsterblichkeit hatte und die wollte er selber haben. Deswegen hat er ihn wieder losgeschickt, um diese Witch, also die Vala, zu suchen. Und die haben sie wieder. Da ist sie wieder, auch mit den Raben und das ganze Blau. Also, she told him that if he cleft, äh, particular rune storm by the stables into the yard would be rewarded. Also, anscheinend möchte sie auf jeden Fall auch die Runenstelle zerstört haben. Da ist sie auch anti-ID. Man weiß es halt nicht, ne? Aber, äh, ja, ging wohl nach hinten los? Aber das ist auf jeden Fall, äh, die Vala Witch. Also, so ist er erst jetzt. Mich würde mal interessieren, ob die Vala Witch sozusagen trotzdem den Galoppreiter kontrollieren kann. Oder ob er sein eigenes Wesen ist. Weil wir in der Quest ja auch gesehen haben, dass er mit jemandem gesprochen hat. Und sich jetzt wieder an den Namen seines Pferdes erinnern kann. Alles mysteriös. Halloween geht's weiter mit den Infos. Da kriegen wir wieder einen Part der Geschichte. Aber das war auf jeden Fall The Witch, die Vala Witch. Jetzt wisst ihr, mit wem wir es bald, äh, zu tun haben werden. Ähm, ja. Und das war's auch wieder mit einer kleinen Kurzfolge mit, äh, wusstet ihr schon. Wenn ihr generell Frage zu Lore habt, Geschichte oder überhaupt nicht mitgekommen seid, äh, ballert mich ruhig mit Fragen zu. Ich kann sie euch alle beantworten. Macht auch sowas echt Spaß. Oder wenn ihr irgendeinen Handlungsstrang nicht verstanden habt. Oder vielleicht euch doch mal reinfuchsen wollt. Äh, Tipp, nimmt nicht unbedingt die Bücher mit zur Hand. Denn die Autorin hat's schon gesagt, äh, die Bücher sind eine Art Spin-Off. Klar, das hat irgendwas mit der Vorgeschichte zu tun. Aber, äh, da ist Jessica zum Beispiel, also da ist Jay immer noch Jessica. Und das wird sich da auch nicht ändern. Also driftet das jetzt schon so ein bisschen ab. Ähm, die Starship Legacy Spiele könnten euch da vielleicht mehr helfen. Aber das war's dann auch leider wieder. Halt sehr verwirrend, die Lure von SSO. Aber ihr Lieben, ich wünsche euch damit noch einen wunderschönen Tag. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Untertitelung des ZDF, 2020